Allerdings waren die nicht lila. Sollen wir jetzt zuerst in... Ich gehe den aufgebombten Weg zuerst. Und dann durch die Tür. Watz. Ein Schalter für die untere Türe. Eine neue Art Fledermaus. Die hält etwas mehr aus als die anderen, als die mittleren. Ruftverstärkung. Oh, an dem ist es. Mache ich die Zauber auf alle. Oh, dann komm, ich lass sie auch mal drauf kommen. Dann darf sie auch mal. Sie hat ja eh kein Meiner mehr von daher. Also die grauen Fledermäuse. Die guckst nicht recht grau. Ist eher so... Beige, würde ich mal sagen. Und die nächste Bombe. Wieder alles wegbomben. Ui. Ein Rätsel. Ich bin doch so furchtbar schlecht im Rätsel. Aber ich glaub... Wie geht denn das hier nochmal? Ich glaub, alle... von der gleichen Farbe nebeneinander. Oder? Nur alle roten, nur alle gelben. Ah, okay. Das würde aber heißen, ich hab schon verpackt. Ja, hab ich. Also. Zauber. Ursprung. So. Den hier. Yo. Den hier hin. Den da. Nee, macht keinen Sinn. Scheiße. Mehr ziehen kann ich ja nicht. Fuck. Wow. Mund muss dumm rumschieben. Das ist so scheiße, ganz ehrlich. Wir kommen hier ansonsten nicht weiter. So auch nicht. Fuck. Ja, ich sag dir, das Spiel ist zwar nicht blind, aber... ...es ist etwas länger her, als ich es gespielt habe. Ich weiß jetzt nicht... Ich kann es jetzt nicht genau sagen, wie lang. Ich weiß noch nicht. Ähm... Lass mich nicht lügen. Ähm... Rätseln wir mal und verschieben Steine. So, einmal. Den roten hier schiebe ich mal ganz vom Schuss weg. Eben so den blauen hier. Und jetzt habe ich es schon wieder verkackt. Den gelben hier. Nein. Nein, so geht es nicht. Und so kann es nicht gehen. Also, wieder Ursprung. Ach, Quatsch. Was gehe ich hier in meine Tasche, Idiot? So denn. Ja, Denken ist Glückssache, ne? Ja, so dürfte es gehen. So kann ich den roten hier. Den roten hier schiebe ich jetzt mal ganz weg. Den gelben nach oben. So, dann. Einmal links, einmal rechts. Und wechselt Schritt. Und vor, und mitten, links und durch. So, jetzt muss ich aufpassen mit dem blauen. Ah. Nicht ärgern. Nein, nicht ärgern. Ach, das wird gut. So. Dann haben wir es doch gleich mal. Nein, haben wir nicht. Scheiße. Verkackt oder auch nicht? Oder doch? Nicht den roten. Naja. Doch, doch, das könnte klappen. Was könnte klappen mit dem blauen? Hm. Ach, scheiße, nein. Ja, jetzt dürfte es gehen. Ich bin nicht gut oder bin ich gut. Nein, ich bin natürlich nicht gut. Ich bin natürlich scheiße. Ja, Eigenlob stinkt. Roten weg. Den roten weg. Ach, scheiße. Den roten hier weg. Den gelben hier weg. runter, 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 schieb, schieb, schieb. Jetzt habe ich es wieder versaut. Ach, Mensch. Nein. So, jetzt mache ich es aber richtig. Blubb. Den roten Stein hier wieder weg vom Schuss. Geben so den hier. Der kommt auch ein bisschen weg. Der blaue hier. Verschiebe ich hier hoch. Den blauen. Auch weg. Ah, nein. Oh, fuck. Ah, das wäre jetzt Dummheit von mir. Scheiße. Oh, Mist. So, wieder den roten ganz weg. Die blauen nerven. Werden die blauen nicht? Wäre es so schön. Das ist... Okay, werden wir jetzt schon weiter. So, jetzt verschiebe ich den hier nach unten. Dann mache ich eben zuerst die roten. Und dann die blauen. Jetzt ruhige Hand bewahren. Und das Rätselslösung wäre geschafft. Die Tür geht auf. Die Stacheln sind weg. Und wir können weiter. Juhu. Und wir haben einen Mantel gefunden. Gucken wir mal, was das ist. Ja, eine Rüstung natürlich. Wir kommen heute in der Infob Abs stakeholders. Das war ich die L Re librarian. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und wir werden. Jaw** Hö Shir括 der St theo.